Wir würden Sie binden, mit uns zusammen sich zu schützen. Wir gehen diese Folie jetzt gleich durch und lassen sich hier ein kleines Kopfschutz fabrizieren. Wir werden es auftun, nur dann können wir weiterarbeiten im Rahmen dieser Vorlesung. Und das hier ist natürlich die Folie-Ethermer-Folie und wir können schon auf der Suche sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.